Bitte, wir wandeln dich jetzt nicht auch zu einem Alchemie-Gelee. Einen hatten wir schon. Ah, okay. Perfekt. Null Sterne. So schlecht gekämpft. War auch verständlich. Wie groß ist denn das Areal? Ah, gut, da vorne geht's gleich weiter raus. Hier kann ich wieder ein bisschen springen. Schauen wir uns erst mal hier rum. Ja, wusste ich doch. Überall ist so eine Kugel immer da, wo ein Sack ist. Ah, Regenbogenkette. Sehr schön. Jo, ich hab's schon gehört. Und das ritt mich gerade total auf, weil eigentlich... Heute hab ich mir extra... Sozusagen, eigentlich hätte ich mir das freilegen können, dass ich heute perfekt mitspielen könnte. Und dann fällt's heute mal wieder aus, ne? Das hat mich ja so aufgeregt, als ich's heute Morgen gelesen habe. Jetzt, wo ich mal wieder mitspielen konnte. Okay, ähm... Nur verschiedene Möglichkeiten. Ich kann hier lang... Warte mal kurz. Was ist denn das jetzt hier? Hier ist ne Sackgasse. Also... Erstmal kämpfen gegen dieses Vogelfiech. Wer bist du denn überhaupt hier? Das ist ein... Ein... Was ist denn das? Äh... Ein Scudnair und eine Stinkli. Das sind zwei verschiedene Viecher, so. Gut zu wissen. Analyse... Jetzt kommt Stickni. Stickini. Wie ein Pokémon. Stickini. Du bist dran. Gifterrauch. Oder sowas. Okay. Stickini ist, ähm... Oh, er hat sogar so'n... Jetzt hat er gerade gemacht. Federrausch. Ich bin nicht sehr stark. Skater, ne. Fing mir noch einen Schock? Ja, auf jeden Fall. Fing mir noch einen Schock. Und jetzt hat er so gut wie Schickdown sein. Da kommen noch zwei Schläger. Fünf Sterne. Geht doch. Was haben wir bekommen? Knochenstück und Großknochen. Also gut, ich kann jetzt da hinten lang gehen und dann... hier runterspringen mache ich aber noch nicht. Lass mal gucken, was es hier hinten gibt. Bestimmt eine Truhe. Also eine Kugel. Woher bin ich jetzt hier? Ich jump hier irgendwie runter. Ich weiß aber nicht, warum. Gut, jetzt bin ich hier unten drunter. Oh, man kann eigentlich schon wieder gegen so'n Viech kämpfen. Und da ist die Kugel. Genau. Die hab ich doch gesucht. Präventivschlag. Och ne, er war alarmiert. Verdammt. Kann man's knapp. Äh, aber nur einer. Gut, nicht die von da hinten. Ich glaub, es war ein Fehler, dass ich die Lightning-Waffe geupdatet habe. Weil... Ich hatte ja schon geupgradete Waffe und die hätte ich auch erstmal benutzen können. Weiter. Und da ist es tot. 27 Sekunden. Eine Minute-Zeit-Vorgabe. Okay, das ist wieder drin. Oh, schon wieder alarmiert. Jedes Mal alarmiert. Ich weiß auch gar nicht, wo bei den vorne oder hinten ist. Aber trotzdem. Stikini geht immer richtig schnell in den Schock-Zustand. Ist echt praktisch. Und ich kann mich dieser schnell töten. Und da ist Stikini down. Jetzt kommt Skatane. Der hatte da schon ein bisschen zäher, Skatane. Und sobald er im Schock ist, würde ich sagen, ist es auch mit ihm vorbei. Genau, Yoshi. Hab sogar Lightning. Easy. Oh, hab ich auch schon lange nicht mehr gehört. Easy. Hatte ja immer noch vor, das irgendwann mal rauszukatten und dann bei Easy von Corona irgendwie reinzubasteln. Vielleicht geht das ja. Verstehe ich es jetzt gerade gar nicht. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt hier? Das ist irgendwie mehrere Etagen aufgeteilt. Wie viele Ton gibt es denn hier noch? Ich glaube, ich gehe einfach mal weiter. Dann müssen wir jetzt hier groß rumzugucken. Ich glaube, hier lang muss ich, oder? Genau. Und jetzt ist hier runterjumpen. Jetzt habe ich einen Präventivschlag geschafft. Na, geht doch. Und damit werde ich erstmal Skatane besiegen. Ne, der Detonator. Was macht ein Detonator bitte hier unten? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Jetzt Skatane noch. Genau. Besiegt Skatane. Wie lange es noch möglich ist. Oh. Stickini hat da was Böses gemacht bei Hope. Final Fantasy 1. Keine Ahnung. Ich würde sagen so 1992. 1992. Final Fantasy 1. Ich denke, ich werde heute Abend auch da bin oder nicht. Ursprünglich war es ja vorgesehen, dass ich GQ dann spiele. Aber da es jetzt nicht ist, weiß ich nicht, ob ich vielleicht dem doch weggehe. Da ist nichts, da ist nichts, ich speichere. Mir kommt es so vor, als ob ich hier herkam von hier, oder? Kann das sein? Ach ne. Also der Fall zumindest auf dem Radar. Der sagt, dass es hier lange gehen soll, also gehe ich mal hier weiter. Wie, ne, hier war ich auf keinen Fall. Jetzt sind 87, okay. Was? Nein. Okay. Können wir jetzt gegen die kämpfen? Äh, ja, können wir. Wir machen mal einen Präventivschlag. Das war doch ein Präventivschlag, oder? Ja, natürlich war das ein Präventivschlag. Und jetzt können wir ihn schön schocken und besiegen. Gibt ihm alles. Also mein ATB-Ball ist halt schon doch schneller. Bei Lightning. Sie sieht zumindest ganz gut aus. Mist, da ist der Schock-Zustand schon wieder weg. Das ist natürlich nicht gut. Ich werde mich jetzt nicht mal analysieren. Weil, das war ein Fehler. Später, der ist gegen oberste Resistenz. Und wir haben es gerade gemerkt. Ja, Immun gegen Feuer. Ich hoffe, keiner hat von Feuer benutzt. Okay, gleich ist er ja wieder im Schock-Zustand. Ist ja genial. Das Viecher sind natürlich keine große Bedrohung, würde ich sagen. Gibt man sie mal ein bisschen in die Luft. Dann greift sie dann wieder an und kriegt sie wieder in die Luft. Für sieben war die erste für die PS1. Achso, okay. Naja, stimmt, in den Händelkonsol. Gab's ja auch damals noch. Na, da fährt er halt ziemlich viel TP. Also warum muss ich nicht nur kämpfen? Das dauert ein bisschen. Müsst jetzt auf jeden Fall 2 Sterne sein, oder? Und jetzt können wir 5 Sterne waren, weil sie auch nicht viel schneller gehen sollen. Ja, okay, das waren 5 Sterne. Sehr gut. Jetzt der nächste Präventivschlag. Rangehen. Da. So. Haben wir den auch noch besiegt? Ich sag jetzt schon, dass wir ihn besiegt haben. Das ist einfach so. Ich bin echt nur extirpiert. Das sieht aus wie so ein chinesischer Drache. Chinesischer Drache? Also ich weiß nicht, wie für dich chinesische Drachen aussehen. Aber das hat eigentlich nichts mit einem Drachen gemeint. Weder mit Panik, noch mit einem chinesischen. Chinesischen Drachen sind ja normalerweise die Drachen, die aussehen wie Shang Long von Dragon Ball. Ist ja ein Drache. Und so sehen ja diese ganzen asiatischen Drachen aus. So schön lang. Sie sind schlangenförmig. Nein, nicht ganz schlangenförmig, aber halt nicht so groß wie bei uns Drachen. Also mir könnte sie 13.13 gefällt mir auf jeden Fall sehr. Wenn die anderen kleinen Fantasy Spiele kann es ja nur besser werden, sozusagen. Ist doch praktisch. Für mich. Ich muss dich besiegen. Ich kann dich nicht besiegen. Schade. Da ist eine Kugel. Ein Riegel. Ist das eine Waffe? Ist das eine Waffe für ähm, Sass? Oh, hier kann ich was betätigen. Was haben wir jetzt? Ein Aufzug. Ja, wir fahren Aufzug. Ja, wir fahren Aufzug. Ja, wir fahren Aufzug. Ja, wir fahren Aufzug. Sie sind, dass Orphan und Eden hier warten? Ja, wir fahren Aufzug. Okay, erst mal wieder speichern. Na, oder jetzt schon mit Chile. Äh, ja, speichern. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen informieren, später, was die Waffen und so angehen. Wenn ich am besten ausrüsten sollte. Da ist die Kugel, die holen wir zuerst mal. Oh, da ist sogar ein Präventivschlag. Gegen solche Kremlins, ne? Kremlins, ne? Kobolde jetzt. Keine Kremlins mehr. Ich weiß nicht, wie Kobolde. Alle schon tot? Ich-Kremlins. Also, ich kann jetzt zwischen allen kommen, die dann hier switchen, wenn ich möchte. Kaffee mit dir, da kann ich jetzt bestimmen. Ich könnte es nur jetzt nochmal reinholen, wenn ich wollte. Will ich aber gar nicht. Die Gruppe gefällt mir eigentlich so, wie sie jetzt gerade ist. Ähm. Hat sie schon... Macht sie nochmal hier ein bisschen als Heil ab. Pushe ich sie nochmal. Magie, praktisch. TP, alles nützlich. Okay. Crystarium Feng. Feng war ja mein Manipulator. Cool, ich kann sie nicht...